Zwei Jäger, weißt du mal, machen wir sich durcheinander. Ja, ich darf euch vorstellen, meine lieben Kollegen, dass ich da nicht habe, nur eine. Nein, hier ist nur eine Liebste. Wir kennen uns schon 30 Jahre. Seit zwei Jahren ein bisschen intensiver, aber nur gesanglich. Darf ich euch vorstellen, Mandy Kay, die wohnt nicht weit weg von hier in Rahlstedt mittlerweile, ne? Oder? Das ist nicht weit weg. Nur mit dem Bus dauert vier Stunden. Ja, viel Spaß mit Mandy Kay. Ja, vielen lieben Dank. Ich möchte mich gerne erstmal vorstellen. Also erstmal recht herzlich einen guten Abend. Es stimmt, ja, ich bin die Mandy Kay. Und zum allerersten Mal hier, wie die anderen beiden wirkt, glaube ich auch. Aber ich möchte gerne sagen, ich finde diesen Label hier unheimlich toll. Ich habe das noch nie gesehen, dass es so im Offenen ist und so im Wasserturm und der Wald mittendrum. Also wo es echt so ein Wunderwunderschön. Und ich hoffe, dass wir hier noch öfter mal irgendwas machen werden wollen. Das ist echt ein richtig tolles Ambiente. Das Einzige, was da nachträglich ist, ist, dass hier wird man garantiert Mögelstöche kriegen. Garantiert. Also ich denke mal, die Leute, die morgen werden das schon, wenn das irgendwo anfängt, anfängt zu tratzen und zu wuppen. Das wird garantiert passieren. Da kannst du beruhigt sein. Guck da schon die erste. Mit Jägermeister einreiben. Wie keine Mücke bei. Georgie, oh Georgie. Die hat das jetzt nicht an, ich kann einen Mückenstich gehabt. Ist schon klar. Ja, okay. Ja, ich bin seit 1994 in einem Umhamburg unterwegs als Sängerin und habe schon ganz viel erlebt und gemacht. Habe im Schulmusical gesungen, hatte dort einen Vertrag, habe mit Namen Haftenleugnischung gearbeitet. Ich bin in Umhamburg zu Hause auf dem Boden, auch manchmal so im Ausland, das war das bisher war Spanien. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, heute zum ersten Mal hier zu sein. Und ich hoffe, wir machen jetzt ein bisschen Spaß mit uns, mit Kalle, Manny, Podocchi und mir. Ich würde mal sagen, dann sehen wir euch mal den ersten Song. Dankeschön. So, jetzt bin ich ruhig ein bisschen auf. Ja, ich bin ruhig ein bisschen auf. Ja, ich bin ruhig ein bisschen auf. Ich bin ruhig ein bisschen auf. Ja, ich bin ruhig ein bisschen auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020